Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Anne bei mir. Anne kennt ihr schon, es gibt von Anne einige Videos. Vor allem auf YouTube, weil wenn Anne bei mir ist, dann ist immer was Neues. Anne war eigentlich blond damals, als wir deine Dreads gemacht haben. Wie lange ist das jetzt nochmal her, dass wir sie gemacht haben? September sind es vier Jahre. Guck mal, vier Jahre! Wenn ihr bei der Neuerstellung rausgeht, sind eure Dreads noch lange, lange, lange nicht fertig. Du kannst es auch einfach aus deiner Erfahrung sagen, oder? Wie krass haben sich deine Dreads verändert? Ja, ich bin total. Als ich das erste Mal bei dir war, bin ich gegangen und war gehäkelt. Das dauert seine Zeit, aber das ist ein Prozess. Aber ich finde jetzt mittlerweile sind sie so gemilzt. Ja, richtig schön. Das ist nämlich richtig ausgedrückt eigentlich. Man ist erst immer so gehäkelt und irgendwann fehlt es sich dann. Klar, man häkelt auch immer noch weiter, um das alles rauszufeilen, damit es vernünftig und schön bleibt und ordentlich. So, mittlerweile hat Anne hier rot gefärbt. Was ist das? Ist das Hanna tatsächlich gewesen? Genau, das ist Pflanzenfarbe, Cardi habe ich genommen, weil ich finde das Pulver noch ein bisschen feiner ist. Und ich hatte ein bisschen Bedenken der Pflanzenfarbe, dass ich die aus den Dreads nicht mehr gut rausgewaschen kriege. Hätte ich bei dem normalen Hanna auch, muss ich sagen, weil das ist ein bisschen grömer, richtig? Genau. Also ich hatte ganz früher, das ist aber schon ewig her, habe ich auch schon mal mit Hanna gefärbt aus der Apotheke. Das war so richtig, richtiges Pulver und das war auch schwer rauszuwaschen. Und die Scali ist feiner von der Konsistenz, wenn man das, ist auch ein Pulver, was man mit heißem Wasser anrührt, aber das ist einfach von der Konsistenz feiner und lässt sich auch gut auswaschen. Alle Dreads sind schön griffig, richtig schön trocken und, also nicht ausgetrocknet, aber halt man merkt, da sind keine, wenn ihr ein Dread eindrückt und das macht so, dann ist das nicht gut. Dann sind da nämlich Shampoo-Reste drin und die sollten da raus. Hat Anne überhaupt nicht und deine Spitzen, die blond waren, die sind auch so schön geworden. Ich zeig euch das jetzt gleich nochmal eben von Namen und sag dazu auch nochmal eben was. Schaut mal, ihr lieben Zuckermäuse, hier haben wir das Ganze von hinten. Wir gehen hier natürlich gleich nochmal durch, ne? Ihr wisst ja, wie das hier läuft. Guck mal, schön die Ansätze machen, ihr werdet staunen, wie das nachher wieder aussieht. Und Extensions sind eigentlich nicht mehr dran, ne? Jetzt ist alles raus, genau. Anne hat nämlich ganz fleißig einfach ihr Blond rauswachsen lassen, das ist quasi der Ansatz hier. Und das ist, was noch übrig geblieben ist, zuletzt an Blonden Dreads und jetzt ist es natürlich gefärbt. Auf der Kamera sieht das aus wie ein Gelb, ist es gar nicht, es ist ein Orange. Vielleicht seht ihr es so besser. Das, was ihr hier so seht, das ist dieses Dunkle. So sieht es wirklich eher aus. Anne Streads sind übrigens mit einer Einser-Nadel von mir erstellt worden damals. Wir machen seit Jahren die Durchzieh-Methode. Was sagst du dazu so, wegen diesen Anwendungen bei deinen Blads? Also es ist super, ich mache zu Hause nicht viel, also gar nichts. Also waschen und ein bisschen heimholen mal. Und mir ist noch nie ein Dread irgendwie gerissen oder abgebrochen oder sonstiges. Einser-Nadel macht auch keine Löcher, so wie böse Zungen immer behaupten. Das ist alles Quatsch. Ich muss auch ehrlich gestehen, mit denen diese ganzen Leute echt auf die Nerven, die aktuell irgendwie Videos zaubern, wo sie meinen, sie müssten jetzt allem widersprechen. Hauptsache da steht der kleine Pinguin mit dem Schild dagegen. Das ist am wichtigsten. Was den Leuten aber auf ihren Köpfen dann angetan wird, das interessiert scheinbar gar keinen mehr. Deswegen, man kann nicht jeden retten, man kann auch nicht jedem helfen. Wer meine Videos schaut, der sieht ja, was ich euch erkläre, was ich euch zeige, was die Schäden von so kleinen Nadeln, wenn derjenige keine Ahnung hat, da anrichten. Und auch dieses Verteufeln der Durchzieh-Methode, wenn es euch nicht passt, dann lasst es halt einfach. Aber die Erfahrung zeigt halt, dass sie lange hält, dass die Dreads sich gut entwickeln und dass dieses ganze Geschwalle von wegen Durchziehstellen und Löcher und dünne Ansätze... Wisst ihr, ich kann das nicht mehr. Es ist einfach... Es ist irgendwann auch durch, das Thema. Man kann es auch nicht immer wiederholen. Und meine Kunden haben es ja auch irgendwie in der Erfahrung gesehen, was mit den Dreads passiert. Und ich finde, die Entwicklungen sind immer tip-top, von daher wird es auch nur machen. Und jetzt fangen wir einfach an. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fangen an und sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben, wir arbeiten uns hier ganz vorsichtig durch. Anne ist ja so ein bisschen empfindlich. Bin ich heute zack genug? Kannst du es haben? Ich bin heute selber empfindlicher. Ich bin etwas vorsichtig, aber es schmerzt trotzdem. Ja, das ist halt das Los der Dreadheads. Zwischendurch ziept es dann leider auch mal. Aber es ist aushaltbar, sagst du noch. Ja, sehr schön. Dieses Ziepen übrigens, das hat nichts damit zu tun, dass die gehörtende Person unbedingt richtig festziehen muss dafür. Es gibt Menschen, die sind so empfindlich. Habe ich auch ein paar Kunden. Da reicht es schon, wenn ich den Dread nehme und einmal so mache. Weil dann die Haarwürzelchen schon schreien. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist bei den Tattoos übrigens auch so. Da gibt es Menschen, die sind empfindlicher. An der Stelle oder an der. Und die haben das halt zum Beispiel an der Kopfhaut. Ich bin vom Glück geküsst und mir tut gar nichts weh, wenn ich meine Ansätze häkle. Oder auch wenn sich jemand anders häkelt, was ein einziges Mal in meinem Leben bisher vorgekommen ist. Ach, man ist schön. Ja, ich kann das jedenfalls genießen, aber manche haben das halt, dass das nicht so ist. Aber da muss man dann halt schauen. Ich halte das so, dass ich den Ansatz wirklich einfach schnell fertig mache. Und wie ich hier schon wieder rumlaufe heute. Das ist das besagte T-Shirt von neulich. Dass ich den Ansatz einfach zügig eben fertig mache. Dann haben wir es hinter uns. Denn dieses ganze Geeier von wegen, oh jetzt machen wir ganz langsam. Das ist ja noch schlimmer noch dann. Was sagst du dazu? Nee, das ist gut. Schnell ist gut. Wir haben hier gerade auch noch mal so ein bisschen über eines Dreads gesprochen. Du sagtest ja, du hast mit, wie hieß die Farbe? Äh, von Cardi. Cardi. Mit Cardi gefärbt. Das ist ja diese Pflanzenfarbe gewesen. Und man merkt, dass es eine Pflanzenfarbe ist, finde ich. Denn die Dreads sind einfach so schön griffig. Also ich hatte das ja vorhin schon gesagt, ne? So schön trocken griffig. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Hast du eine Idee, wie man das besser beschreiben könnte? Die Farbe macht einfach die Haare fester an der Struktur. Ja, so. Genau. So fühlt es sich auch an. Es legt sich nicht ein Film drauf, dass man denkt, oh es ist weich und seidig. Sondern es ist richtig, es ist total schön die Haare. Also so mild. Ja, genau. Und sind aber richtig griffig. Ja, cool. Anne weiß das übrigens deshalb so genau, weil Anne ist nämlich gelernte Friseurin. Also insgesamt die Entwicklung von Anne's Dreads, die jetzt vier Jahre alt sind. Und du kommst regelmäßig so alle drei bis vier Monate zum Pflegetermin, ne? Genau. Ja. Dadurch haben sich die Dreads halt auch sehr gleichmäßig entwickelt. Auch in der Länge. Es gibt keine blöden Schlaufen. Ich meine, es kann immer mal ein Schläufchen geben, Leute. Das liegt aber auch daran, dass die Menschen ja mit ihren Dreads auch umgehen. Es kann nicht immer das perfekte Bild herrschen. Selbst bei mir ist zwischendurch auch mal was kiki. Wo ich mir so denke, oh Schapotti, jetzt muss ich aber mal wieder ein bisschen Hocken da reinbringen. Es sind am Ende immer noch Haare und da müssen wir uns auch einfach mal mit abfinden, dass da auch mal was sein kann. Nichtsdestotrotz gucken wir natürlich immer, dass die Basis hier eine gute ist. Dass bei der Neuerstellung schon alles wirklich perfekt läuft und wir uns hier auch Gedanken machen. Und vor allem die bestmöglichste Einteilung wählen, die bestmöglichste dicke bzw. dünne der Dreads. Damit das nicht alles schön aussieht und nicht an einem kleinen Kopf voll die dicken Dinger hängen oder umgekehrt. Das ist halt, ne? Kann man alles lenken. Und auch hier, also eigentlich immer bei meinen Kunden, arbeite ich ja mit der Einser-Nadel und der Durchzieh-Methode. Wir hatten das ja schon mal neulich besprochen alles, ne? Dass böse Zungen auch gerne irgendwie Gegenteiliges behaupten von dem, was ich in meinen Videos immer alles erkläre. Bei diesen ganzen Dingen geht es eigentlich den dreddenden Personen gar nicht darum, den Leuten oder euch zu vermitteln, was jetzt schlecht oder gut für die Dreads ist, habe ich das Gefühl. Sondern es geht einfach nur noch darum, gegen meine Beiträge zu schießen. Einfach nur noch immer dagegen, nein, das ist nicht so. Ich tippe mal aus irgendwelchen Ängsten heraus, weil diese Dreader, von denen ich jetzt spreche, die drenen halt mit diesen dünnen Nageln. Und laut denen auch schon seit ewig, seit immer und die Leute haben alle noch ihre Dreads auf dem Kopf und bla 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 bla. Also es ist auch ganz viel bla bla halt dabei, das ist leider auch so. Aber wenn ich diese Dreads halt sehe auf deren Profilen oder auf Kunden, die hier sitzen, ob die jetzt da waren oder woanders, der es halt auch nicht konnte mit der Nadel, ist halt immer das gleiche Bild. Und das ist eben, dass die Dreads innerlich ein bisschen zerrissen sind, dass hier so diese kleinen Härchen rausspieksen und man sieht, ja, das sind gerissene Haare schlicht einfach. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr so überzeugt davon seid, dass das richtig ist, was ihr da macht, dann macht es doch bitte einfach in Gottes Namen weiter. Denn ihr seht ja auch, ich mache es ja auch weiter, denn ich bin zu 110 Prozent von dem, was ich hier tue und auch meinen Kunden tue, überzeugt. Und ich kriege ja auch das Feedback so, dass es funktioniert. Ich sehe ja auch, wie die Sachen sich hier entwickeln. Also Anne ist jetzt hier keine gekaufte Kundin oder Renate oder wen ihr immer alle in meinen Videos seht, die, denen ich vorher sage, ja, ihr müsst dann das und das sagen, dies, das. Das habe ich tatsächlich nicht nötig. Aber wir hören jetzt einfach mal auf. Es werden sich jetzt schon wieder eh genügend Leute darüber aufreden, was ich gerade gesagt habe. Aber ihr müsst halt auch wissen, und wenn ihr meine Videos guckt, wisst ihr das eigentlich auch, mir ist es am Ende egal. Denn wer hierher kommt, der kriegt seine Regels repariert, egal wo er war oder nicht war oder was weiß ich war. Am Ende ist es für mich wurscht. Ich kann nur bei meinen Kunden die beste Arbeit leisten, die ich kann und die besten Tipps geben, die ich habe. Und das tue ich ja auch im Internet bei all meinen Plattformen. Und von dem her, würde ich sagen, fragen wir damit ganz gut. Macht alle, was ihr wollt. Und ich habe nur einfach gar nicht mehr die Lust, um mich irgendwie damit zu befassen. Wir werden dann ja auch von Followern diese Sachen zugeschickt. Ah, guck dir mal das Video von der an. Will ich gar nicht. Ich möchte mich nicht mit so negativen Mist befassen einfach, wisst ihr? So, und deswegen machen wir jetzt diese Plätze hier schön und zu Ende und freuen uns gleich über das Endergebnis. Und ihr kriegt jetzt noch einen Zeitraffer rein. Tadaa! So, frisch ist es schon mal. Ansätze sind wieder fresho. Die Längen auch. Wir gehen mal näher dran, da können wir uns nämlich sogar erlauben. Und jetzt kommen da gleich noch diese schönen Double Ends rein. Das ist vom Dread Shop. Hier, Dread Shop. Da könnt ihr super, super Hand-On-Extensions bestellen. So, ja genau, guck mal. Da seht ihr es nämlich, dass die wirklich gar nicht gelb sind, sondern guck mal. Und diese wunderschönen passen hier rein. Aber das zeigen wir euch gleich. Ah, guck mal hier. Jetzt seht ihr es auch mal im Licht. Der Farbverlauf der Extensions ist halt echt gut getroffen. Das ist wirklich schön. So, ich würde sagen, wir haben fertig. Du bist glücklich und zufrieden, denke ich? Mega. Schön. Hat man dir gar nicht angesehen. Ja, jetzt hat alle wieder auf jeden Fall noch mehr Volumen wieder. Insgesamt die Entwicklung toll und es hat einfach alles gut geklappt. Übrigens, von mir hier noch einen kleinen Tipp an dieser Stelle. Wer richtig tolle Dreads möchte, die tatsächlich mit einer 06er Nade gehackt sind, der muss einfach nur zu Dreads Sorcery gehen. Die liebe Géraldine, die kann es nämlich wirklich mit einer 06er Nade. Könnten sich einige was von abschneiden. In diesem Sinne, liebe Grüße, eure Schafati. Heute mit Anne und wir sehen uns ganz bald wieder in meinem nächsten Video. Alles Liebe, ade! Tschüss!